Servus, mein Name ist Carolin Richter. Hallo, ich bin der Maikami. Und wir beide leiten die Kundenservice-Center der Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg. Am Schalter in der Filiale stellen die Kunden viele Fragen, haben Themen, die sie mitbringen oder Wünsche. Bei uns im Service-Center stellen die Kunden auch Fragen, haben auch Themen und Wünsche. Nur, dass sie nicht vor uns stehen. Sie sind am Telefon, sie schreiben eine E-Mail oder sie chatten mit uns. Das ist bei uns ganz bunt gemischt. Von A wie allgemeine Informationen, Überhilfe zur Selbsthilfe, Online-Banking-Support, Terminvereinbarung mit Beratern, was Sie sich sonst so vorstellen können, bis Z wie Zahlungsverkehr, Überweisungen, Daueraufträge, alles das, was Sie am Schalter auch machen können. Die Arbeitszeiten bei uns im Kundenservice-Center sind von Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr. Aktuell haben wir zwei Standorte. Einen Standort befindet sich in Ebersberg, einer in Starnberg und bald sind wir auch in München zu finden. Aber eigentlich haben wir vier Standorte, denn telefonieren kann man auch von zu Hause aus dem Homeoffice. Ein Service-Center ist ganz viel, aber eins definitiv nicht. Langweilig. Aber weißt du, das können am besten die Kolleginnen und Kollegen selber beschreiben, oder? Ja. Komm, lass uns reingehen. Ich bin froh, Teil dieses tollen Teams zu sein, hier im Kundenservice-Center. Der Zusammenhalt und die Zusammenarbeit ist einfach super und es macht jeden Tag aufs neue Spaß hier zu arbeiten. Ich selbst bin seit vielen Jahren tätig bei der Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg, war lange in der Filiale und mir selbst war nicht bewusst, was alles hier im Kundenservice-Center für den Markt erledigt wird. Und ich freue mich, auch jetzt hier selber Teil des Teams zu sein. Ich bin Quereinsteigerin und finde es im Vergleich zu meinen vorherigen Arbeitgebern super, dass ich eine Patin an der Hand habe, die mir jederzeit mit einem Einarbeitungsplan zur Seite steht und fühle mich gut aufgehoben. Ja, mein Name ist Karin Wittholz, ich bin 24 Jahre alt und habe die Ausbildung bei der Kreissparkasse absolviert. Dadurch, dass ich das Team bereits während meiner Ausbildung kennenlernen durfte, habe ich dann direkt beim Kundenservice-Center in Starnberg angefangen. Meine Tätigkeit hier empfinde ich als spannend, abwechslungsreich und vor allem lustig. Aktuell befinde ich mich in der Weiterbildung zur Sparkassenkauffrau. Und wer weiß, wo mich mein Weg noch hinführt? Ich glaube, jetzt ist klar geworden, wie vielseitig die Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen hier schon ist und auch noch sein wird. Wenn Sie Lust haben auf Abwechslung, neue Karrieremöglichkeiten in einem modernen und digitalen Arbeitsumfeld mit hoher Flexibilität und mit tollen Kolleginnen und Kollegen, wir haben noch Plätze frei. Wir freuen uns auf Verstärkung in unseren Teams. Vielen Dank.